Hallo Leute, hallo YouTube, hallo Joko und Klaas und das ist mein Sacred Talent. Also viel Spaß dabei. Liebe Damen und Herren, ein neuer Mann, eine neue Bündnis auf dieser Bühne, präsentiert von Viktor, dem FCF-Hühner, der Hotrusse. Hallo, 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 hallo. Ja, schönen guten Abend. Ich kann auch Deutsch. Ja, schönen guten Abend allerseits. Falls ihr jetzt denkt, was ist das für den Deb? Ich bin der Viktor, nicht Fiktor, Viktor. Und ich möchte euch erst mal erleichtern und euch sagen, das ist kein Überfall. Ich wiederhole, das ist kein Überfall. Nur weil ich aus der ehemaligen Odessa sehr komme, das Erd ein bisschen rolle und einen runden Wasserkopf habe, heißt das noch lange nicht, dass ich Böse bin. Also ich nicht. Meine Freunde vielleicht, aber ich nicht. Dann würde ich mal den Horst darum bitten, die Tür mal zu verriegeln, damit mir hier ja keiner abhaut und damit mir jeder hier zuhört. Und währenddessen räumen meine Freunde eure Häuser leer. Ja, dann würde ich erstmal sagen, trinken wir erstmal ein auf die Bekanntschaft. Also alle, Nassarovien. Ja, das Thema, was bin ich? Ja, wenn zur Nationalität gehöre ich an. Und als wir euch dann, wie nennen wir dieses Geschöp, diesen Menschen, ist das jetzt ein Aussiedler, ein Spätaussiedler? Oder doch nur ein Wasserkopf, ein Holzrusser? Ja, ihr glaubt mir das vielleicht jetzt nicht, aber ich bin damals in der ehemaligen Odessa sehr, das heutige Kasachstan geboren. Meine Eltern sind auch dort zur Welt gekommen. Aber deren Eltern, meine Großeltern, waren Deutsche, mein Brud, meine Gräte. Meine Großeltern waren echte Deutsche. Der älteste Bruder meines Großvaters hat sogar damals für das Deutsche Reich gegen die Rote Armee marschiert. Ist wirklich wahr, ich dachte, ich erwähne es, vielleicht werde ich dir schnell akzeptiert. Das freut mich, dass ihr mich alle akzeptiert. Also, Nassarovien. Oh, Moment, wichtig. Da. Was? Am Steinrücken? Elf? Okay, kein Durchslegen. Hey, privat. Ach, früher, früher war doch alles besser, als Fett noch mit U geschrieben wurde. Und bevor die ganzen Russen und Kanacken hier nach Deutschland kamen, das mag ja vielleicht hier in Deutschland so gewesen sein, aber bei uns in Kasachstan, da war es ganz anders. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja gar nichts. Es hat sich nicht mal gelohnt, eine Bank auszurauben. Ja, die hatten auch kein Geld. Und vor allem musste man 20 Jahre auf ein Fluchtauto warten. Wir hatten nicht mal Klopapier. Ach, Klopapier, wir hatten nicht mal ordentliche Toiletten. Hinter der Scheune, ein einfaches Plumpsklo. Kennt ihr Plumpsklos? Loch, Erde, Häuschen. Und dann setzt man sich und macht sein Geschäft, ne? Ja, und wir mussten, statt Klopapier mussten wir Zeitung nehmen. Doch dann kam das zwolackige Klopapier auf den Markt. Denn es musste ein Durchschlag immer nach Moskau. Mein Onkel war dort Fischer. Und er hat meinen kleinen, goldenen Fisch gefangen. Der goldene Fisch sprach zu ihm, wenn du mich loslässt, wenn du mich freilässt, dann kriegst du zwei Wünsche frei. Was ist dein erster Wunsch? Ich wünsch mir eine Flasche Wodka, die nie leer wird. Zack, hat er die Flasche Wodka in der Hand. Mach die auf, trink, 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 trink. Setzt ab, guck. Oh, die ist immer noch voll geil, guck. Das goldene Fischlein. Und was ist dein zweiter Wunsch? Ich wünsch mir noch so eine Flasche Wodka. Ab da waren wir mit Wodka versorgt. Na, es war mal wieder. Ihr lieben Leute, ich will euch nicht besoffen machen. Obwohl, vielleicht versteht ihr meine Witze dann eher. Und, also ich will euch nicht zum Trinken zwingen. Aber ich wurde dazu gezwungen, euch zum Trinken zu zwingen. Was für eine Wiesenmülle, äh, Zwickmülle. Und der Dirk hat gesagt, es ist ein gutes Geschäft. Mit Frauen ging da auch nix. Also vor der Hochzeit ging da gar nix. Ich hatte meine Mädels namens Olga. Ja, sie sagte immer, bevor ich nicht verheiratet bin, gehe ich mit ihr nicht ins Stroh. Ja gut, ruf mich an, wenn du verheiratet bist. Es gab auch reiche Leute. Bonzen. Sprach der Bonze zu seiner Frau. Schatz, wir sind pleite. Lerne kochen und wir können den Koch entlassen. Antwortet die Bonzenfrau gelangweilt. Schatz, lerne Bumzen. Dann können wir den Chauffeur entlassen. Tja, der Bonze hat Bumzen gelernt und ich war mein Job los. Das geilste war ja, ich wurde in Kasachstan von einem deutschen Schäferhund gewissen. Da hatte er die Schnauze voll. Mit meiner Wade. Und ich auch. Da habe ich mir gedacht, gehe ich da hin, wo das Vieh herkommt. Um mich zu rächen. Zahn um Zahn, Bade um Bade. Ach, trink mir noch einen. Das wird ja ein schwieriges Teil. Na so. Ja, kaum hier in Deutschland angekommen, wie es gleich ans Wasser kommt, als Holzrusse abgestern wird. Der Holzrusse. Eine besonders ausgebreitete Rasse, osteuropäische Einsender. Holzrussen sind außerordentlich kräftig gebaut und wirken viel stimmiger und maßiger als ihre kleinen Verwandten, die Deutschen. Ein besonders Merkmal dieser außergewöhnlichen, liebenswürdigen Wesen ist der typische Kleidungsstil. Joggingrose, Lackschuhe, Lederjacke und Mütze mit Ohren. Und natürlich nicht zu vergessen, heiliges Wasser. Der typische Holzrusse legt meistens in großen Rudeln. Diese werden von dominanten Menschen angeführt. Ja, wir haben uns jeden Freitag und jeden Samstag am Aschenberg getroffen. Wir nennen es liebevolle Klein Moskau. Und mit anderen 15 Hardcore-Russen darüber diskutiert, ob wir heute in der Disco saufen, ob wir heute bei jemandem zu Hause saufen oder ob wir nur saufen. Ja, meistens haben wir uns fürs Nursaufen entschieden. Ja, und wenn wir dann nicht genug Geld hatten, haben wir unsere deutschen Mitbürger ganz nett und ganz höflich getragt, ob sie uns den 50 Mark leihen könnten für ein Telefonat nach Russland. Wir würden es auch ganz bestimmt nicht zurückgeben. Und zu ihrer eigenen Sicherheit haben wir uns mit 15 Mann im Kreis in sie herum aufgestellt. So, mit mehreren Wodka-Flaschen der Marke Wodka bewaffnet, stellten wir uns in einen Kreis auf, um nach der Reihe die qualitativ hochwertige Wodka zu konsumieren. Also, Mastorovia, jetzt alle mal bitte, komm schon, Gläser hoch! Na so, Mastorovia! oder aus dem tiefsten Tiefen der Bräunchen alles Mögliche hochzuziehen und dann in den gebildeten Kreis zu spucken. Ich mach mal vor. Oh, Entschuldigung, ich wollte nur vormachen, es ist automatisch rausgekommen. Dirk, aufwischen dann hier, ne? Zum anderen hat sich der Holzluster auf eine nicht zu beschreibende Art und Weise hängt. Mach mal vor. So. Das ist wie auf dem Blutsklo. Ja, und manchmal risset sich das auch so an. Ich hab sogar versucht, einen Job hier zu finden. Ich hab mich nämlich beim Hossi geworben und der sagte zu mir beim Bewerbungsgespräch, ich suche einen Mann, der nie krank wird und der sich vor keiner Arbeit drückt. Kein Problem, Herr Hosswald, stell mich ein und ich helf dir beim Suchen. Dann machst du dir wirklich die Mühe, integrierst dich in die deutsche Gesellschaft, gehst drei Jahre lang auf eine Hochschule, um dort die deutsche Sprache perfekt in Schrift und Wort zu lernen. Und dann kommst du hierher und verstehst nichts. Das schwarze Blatt musste ich wieder eine neue Sprache lernen. Na ja, es hätt noch schlimmer können, gewähren. Ich hab mich sogar so gut integriert, dass ich sagen kann, guten Tag oder Dankeschön oder auch wie bitte? Oh, mein Fehler, hier heißt das Hö! Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen deutschen Schweinen und russischen Schweinen? Hier in Deutschland werden sie gegessen und in Russland werden sie genossen. Die Russen und Wodka sind genau wie Galia und Zaubertrank. Obelix war doch als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen. Was glaubt ihr, was mit den Klitschkund-Brüdern passiert ist? Die Galia haben Zaubertrank getrunken und sich so stark gefühlt, dass sie die Römer verhaut haben. Und die Russen trinken Wodka und fühlen sich so stark, dass sie alles verhauen und wenn niemand da ist, dann sich gegenseitig da. Elke wird von ich komm gleich. Ich muss los. Elke wird von Tschüss. Unser und Piktor und die ersten Fußballmannschaft in der letzten Fliesenhausen zum ersten Mal hier oben. Er war der höchste, er hat das prima gemacht. Ein tosender Applaus! Piktor, geiler Klaus, von Roter und mehr ist ein Pugendorf. Danke, danke, letzter Satz, nächste Woche findet in klein Moskau ein kleiner Flohmarkt statt, da könnt ihr eure Sachen günstiger steigen. Ich bin auf Warte, hier hast du noch mal, das sind wir prozenten, wir sind hier auf dieser Bank.